Das ist alles kreis auf Widerstandskämpfer, das ist ja nur eine Handvoll. Gefangene, vergessen Sie nicht, dass Sie bei jeglichem Widerstand gegen Umerziehungsmaßnahmen der umfassenden Gewalt des Strafvollzugs ausgesetzt werden. Untertitelung des ZDF, 2020 Gefangene, vergessen Sie nicht Ihre Pflichten im Strafvollzug. Sie befinden sich hier als Folge Ihres Handels. Leisten Sie Ihre Strafe mit Würde ab. Gefangene Gefangene Gefangene, vergessen Sie nicht, dass der Besitz verbotener Waren automatisch eine Strafverlängerung nach sich zieht. Gefangene 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 Gefangene, denken Sie an Ihre Angehörigen. Lassen Sie sie nicht im Stich. Lassen Sie sich nicht im Stich. Lassen Sie sich nicht im Stich. Lassen Sie sich nicht im Stich. Gefangene, vergessen Sie nicht, dass unerlaubter körperlicher Kontakt zwischen Häftlingen automatisch eine Strafverlängerung nach sich zieht. Lassen Sie sich nicht im Stich. Lassen Sie sich nicht im Stich. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht im Stich. Sie sind im Stich. Kaffinen Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 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 Gotta be the laziest bunch of gar has the world has ever seen. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Wake up, you're dead Wake up, you're dead Wake up, you're dead Ich schlag dich Bindelweich! Los, komm schon! Was für einer! Ich schlag dich Bindelweich! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mit dem Beton, da ist etwas nicht in Ordnung Du nimmst eine Hälfte Zitronensaft und eine Hälfte schwarzen Kaffee, das sagt sie Treibst du eigentlich Leibesübungen jeden Tag in frischer Luft? Glaubst du das wirklich? Glaubst du wirklich, dass das in Ordnung ist? Das ist eine spezielle Fabrik, von der dieser ganze Beton kommt Ich hab das getestet, ich hab mir diesen Beton angeschaut Der Schimmel, der kann sich da total schnell und tierisch weit verbreiten Und du denkst, sie haben keine Schuld daran? Wirklich? Weißt du, was du brauchst? Körperliche Ertüchtigung Jeden Tag in frischer Luft mindestens eine halbe Stunde Das ist, was unsere Vorgesetzten machen Und schau sie dir doch an, die sind alle kerngesund Oder hast du die mal lusten können? Jetzt hör mir mal zu Sei doch nicht so blauäugig Seit 10 Jahren schau ich mir das schon an An jedem Arbeitsplatz, in jeder Wohnung Überall der gleiche Beton Und das wird immer vertuscht Das ist deren Schuld, zieh dich doch selber an Das ist doch alles Blödsinn Wissenschaftler haben diesen Beton nicht wirklich Wissenschaftler, das ist der stärkste Beton Der feste Beton, der jemals erzeugt wurde Medizinische Gutachter haben den Schimmel untersucht Und festgestellt, dass er völlig harmlos ist für Menschen Wenn du ein gesundheitliches Problem hast Ist das einzig und allein Deiner ungesunden Lebensweise ein Haftzug Einzig und allein Stimmt doch nicht Das ist schrecklich Du hast es doch auch Ich habe überall einen Frosch im Halst Das ist kein Grund zur Tat Das ist ein Grund zur Tat eins Der ist einer Herr Wasser spricht. Du hast mich von allem geholfen. Viele werden mit Feuer. Aber ich habe auch einen Mann mit dir gemacht. Ich bin dein letzte Chance. Du siehst, ich bin ein Freund von der Menschheit. Ich glaube, dieses Gehirn lives in dir. Ich glaube, du bist so viel mehr. Sie sind B-2. Time to let the monsters out of the cage. Many of you hate. Ich bin dein Mann. Ich bin dein Mann. Ich bin dein letzte Chance. Du siehst, ich bin ein Freund von der Menschheit. Ich glaube, dieses Gehirn lives in dir. Ich glaube, du bist so viel mehr. Dann, du bist so. No. Aber... Und dieses Nazi-Killin-Jamm-Bastard zeigt sich aus dem Weg. Was hast du auf, Blasco-Heads? Er schützt. Er schützt. Er schützt die Nazis. Bereit zu setzen, Ferguss. Dann gehen wir hier aus. Geben alle Nazi-Killin-Killin-Killin. Neh! Get them with that door! Hier, hey come. Schau mal! Kuhl! Halt die Tür zu! Raskoist! Kannst du die Harts öffnen? Das könnte ein bisschen raus sein. Halt die Tür! Lass dich rein! Gut! Besser, zurück zu den Rückenmännern! Gut! Klamm in zur Ventschaft! Huber, laden! Gefangene, bewahren Sie Huber! Huber, laden! Das ist jetzt! No! 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 You and me, Blazkowicz. We are getting the fuck out of here now! No! 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 Looks like a two-man lock. We have to hit these two buttons at the same time. On my mark, hit that button there. Ready? Three, two, one, back! You shite! There you go. There's automatic targets all over! We on the lookout! Hey! 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 Widerstand scheint mit dem DS-V-5. Nicht nur die Läden, weil sie wieder an der Grunde der Einheit ungerannt haben. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's! Das war's! Let's get down here! Let's wait! Quickly! Jesus Christ! No one's ever escaped this hellhole, but for bits and pieces. Bloody parterhuts! Blaskowicz, kindly shoot this Nazi weapon! You're fighting us! You're fighting us! You're fighting us! Fall ahead, Blaskowicz! I'll follow you! Keep my back covered, Blaskowicz! You're fighting us! You're fighting us! You're fighting us! You're fighting us! Inbound! Three and nine! Beat them back, Blaskowicz! F Braunowicz! Th cheetahs in there! sectors comes off, absolutely! No one does toakah was隊 We're fighting us! We're fighting us! ngh Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 «ZDF, 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 2020 Es ist nicht hier. Obviamente. Max, es ist so schön, die ganze Zeit nach dem Hammer. Hast du ihn gesehen? Max, 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 Max! Bloody fuck, Blascom, Knackert. Haven't seen it real bad in months. Fuck off for a minute so I can sleep, right? Wake me if, let's see, the sky's about to fall or some sort of shite. This room looks empty. Maybe we could sleep in here. Could you use some shite? It must be Max's room. What is Max hiding in there? Is that the Project Whisper folder? Either need a chrome bar or find a way around. I can't. I can't. I can't. I can't. We'll have you, guys. Oh, mein Gott. Max, I really need you to step aside. Max, bitte. Geht zur Zeit. Das er ist wichtig. Max! Komm her! Komm her! Alles in Ordnung. Alles wird gut sein. Sorry. I should have known you would have taken it. Nein, nein, nein. Schlaf, Kindlein, schlaf. Schlaf, Kindlein, schlaf. Hm? Schleifst du? Schlaf. quiser. Lesper 너, wut. Hornerin, Himmels! Hab Hello, Kindlein. Hue, Brian! Was? Buh, waren Sie! H �lect minerals ist. Sie sind bereit, Kapitän Blazkowitsch. Sie sind bereit für eine Anwendung? Freunde und Freunde, das ist es. Projekt Whisper. Es hat seit Jahren entwickelt. Ein Helikopter-Aercraft. Die Nazis haben eine Art und Weise gemacht, um es virtuellen, in der Flucht und unentetektable, durch den Radar zu verhindern. Anja hat gekriegt die Nazi-Chatter aus London und hat die nur drei Prototypen in existence in der London-Nautika-Research Facilität. Mit Katrin Blazkowitsch auf die Team, wir sind endlich stark genug zu streiten, die Operationen sind. Die Tage wie die Rats sind vorbei. Mit diesen Maschinen in unsere Position, wir können überall gehen, werfen alles.